Kapitel 6 Lasset die Spiele beginnen Kapu hatte die Stunden nach dem Telefonat beinahe komplett damit verbracht, sämtliche Informationen einzuholen, die er im Netz über die Räderei Bläsberg, Jan Oppermann und Herrn Fielsen von der Nordgazette finden konnte. Wie für jeden seiner größeren Aufträge legte er sogar eine eigene digitale Akte an. Sehr weit war er auf diese Weise allerdings nicht gekommen, beeindruckende Jahresbilanzen und ein hohes Auftragsvolumen. Jupp, die Räderei hängte die Konkurrenz langsam aber sicher ab. Stetiges Wachstum seit etwa 20 Jahren. Die Räderei, nicht die Nordgazette, die litt unter der rasant zunehmenden Digitalisierung, so wie jede andere gedruckte Zeitung auch. Trotzdem stand das Blöd wirtschaftlich ganz gut da. Jan Oppermann war als Enthüllungsjournalist bekannt, auch wenn die Zeiten vorbei waren, in denen dieser Typus von der breiten Öffentlichkeit ähnlich viel Verehrung erfuhr wie ein Rockstar. Sicher war der Kerl ein großer Fan von Bukowski. Auf jeden Fall schien er jemand zu sein, der das Herz am rechten Fleck hatte. Kapu hatte zumindest diesen Eindruck und das reichte ihm dann auch schon, um die Sache mit voller Motivation anzugehen. Er hatte eine Schwäche für David gegen Goliath-Geschichten und es würde ihm Spaß machen, der Goliath-Räderei eins auszuwischen. Tatsächlich war er sich noch nicht sicher, ob er es dabei bewenden lassen wollte, den Journalisten zu finden und aus der Schusslinie zu holen. Wenn an alledem wirklich etwas dran war, würde er vielleicht noch ein wenig weitermachen. Umso mehr ärgerte es ihn, dass über den alten Bläsberg und seinen Sohn Frederik kaum etwas im Netz zu finden war. Da musste er wohl anders rangehen. Er benutzte seine modifizierte Version des Tor-Browsers und rief die Seite bloodword.com auf, offiziell die Online-Präsenz eines Mittelklasse-Schundautors, aber wenn man wusste wie, konnte man von dort aus zu einem nahezu perfekt gesicherten Darknet-Forum gelangen. Kapu hatte Aufträge zu vergeben. Er brauchte Zugriff auf die privaten E-Mail-Konten und Social-Media-Profile von Jan Oppermann. Das würde wohl am besten mit einer Dictionary-Attacke funktionieren. Die Bläsbergs hatten keine Konten dieser Art, zumindest keine, die unter ihrem Namen liefen. An ihre Kommunikation musste er auf andere Art und Weise herankommen. Das würde eine längere Operation werden, die auch mehr Vorsicht erfordern würde. Kurz überlegte Kapu, dann dotierte er seinen Auftrag mit einem Drittel seines üblichen Tagessatzes. Das müsste eigentlich reichen. Der Hacker oder die Hackerin, die den Auftrag ergattern würde, sollte es über die Mitarbeiterverwaltung versuchen und nach Möglichkeit Zugang zum kompletten IT-System der Reederei erhalten. Kapu tippte diese Anweisungen. Normalerweise war das nicht gerne gesehen, denn es kratzte ein wenig an der Berufsähe eines Hackers, wenn man ihm vorschrieb, wie er vorzugehen hatte. Bei Kapu wurde in der Regel ein Auge zugedrückt. Unter seinem Tarnnamen Melville war er in der Community bereits bekannt. Tatsächlich war er ein Urgestein der Szene und hätte all das genauso gut auch selbst erledigen können. Allerdings drängte die Zeit. Als ihm das noch einmal bewusst wurde, fügte er seiner Ausschreibung noch eine Bonuszahlung hinzu, die er leisten würde, sollten die Ergebnisse, die er sich wünschte, besonders schnell geliefert werden. Jetzt wollte er aber erst einmal die Wohnung des Journalisten Jan Oppermann in Augenschein nehmen. Die Einschusslöcher interessierten ihn. Wenn es denn wirklich welche waren, hieß das. Detlef Springli war ein guter Ermittler, aber Kapu wusste nicht so recht, wie es um dessen Kenntnisse stand, wenn es um echte Verbrechen ging und nicht nur darum, sich an misstrauischen Eheleuten zu bereichern. Es war zwar noch früh am Abend, aber bereits dunkel. Kapu war in etwa in dieselbe Kleidung geschlüpft, die er auch am Vorabend schon getragen hatte. Eine schwarze Hose, einen eng anliegenden schwarzen Rollkragenpullover und Laufschuhe mit weichen Sohlen. Bevor er seine Wohnungen verließ und mit dem Fahrstuhl nach unten in die Tiefgarage des Hochhauskomplexes fuhr, fühlte er Schweiß in seiner rechten Achselhöhle. Ach, passt schon. Alles, was er brauchte, um sich Zutritt zu Jan Oppermanns Wohnung zu verschaffen, hatte er in dem unscheinbaren, zehn Jahre alten Volvo deponiert, den er derzeit fuhr. Ein wirklich unauffälliger Wagen, zumindest was das Äußere angehen. Während Kapu sich hinters Steuer setzte und langsam auf die Ausfahrt der Tiefgarage zurollte, fragte er sich einmal mehr, ob die Einschusslöcher, die Springli so sehr erschreckt hatten, bereits von Nachbarn Oppermanns entdeckt worden waren. Außerdem hätten die die Schüsse doch hören müssen. Wenn das nicht der Fall war, musste das bedeuten, dass ein Schalldämpfer zum Einsatz gekommen war oder dass man sich in der Presshausstraße 56 nicht so sehr für seine Nachbarn interessierte. Beides hielt Kapu für durchaus möglich, wobei ersteres der ganzen Angelegenheit noch einen etwas gefährlicheren Touch gab. Kapu lenkte den Volvo durch die verregneten Straßen der Stadt. Er nahm all die Lichter nicht wahr, die rechts und links an ihm vorbeizogen und sich in den Regentropfen auf seinen Scheiben brachen. Er kannte den Rhythmus der Stadt in- und auswendig und so vermied er einige kleinere Staus, die um diese Uhrzeit gerne von heimkehrenden Pendlern verursacht wurden. Er parkte in der Nähe der Presshausstraße 56 und ging das letzte Stück zu Fuß. Als er das Gebäude erreichte, blieb er nicht stehen, sondern umrundete das siebengeschossige Wohnhaus, das Wand an Wand an andere, ebenso hohe Wohngebäude gebaut worden war und mit denen es sich den Innenhof teilte, der noch über drei weitere, kreuzförmig zueinander angeordnete Passagen zugänglich war. Gerade als er die erste Passage zum Innenhof hin passiert hatte, hörte er hinter sich ein Rumpeln, das durch das Rauschen des Verkehrs hindurch sein Ohr erreichte. Unwillkürlich blieb er stehen, machte einen kleinen Schritt zurück und schaute hinter sich. Es war nur der Hausmeister, der die Müllcontainer zur stark befahrenen Straße zerrte, damit sie am nächsten Tag von der Müllabfuhr abgeholt werden konnten. Kapu prägte sich das Gesicht des Mannes ein. Hausmeister sehen und wissen fast alles, was in einem Haus vor sich geht. Vielleicht konnte der Mann ihm im Bedarfsfall einen wichtigen Hinweis liefern. Jetzt allerdings wollte Kapu den etwa 65-jährigen glatt rasierten, feisten Mann noch nicht befragen. Wozu dessen Neugier schüren, wenn es nicht nötig war? Er durchquerte den Innenhof, ließ den Baum, die Sträuche und die Sitzbänke hinter sich zurück, durchquerte dann die östliche Passage und bog um die Ecke nach rechts in die Elisabethenstraße. Auch hier bestimmten mehrgeschossige, dicht aneinander gedrängte Wohnhäuser das Bild. Auch die Elisabethenstraße war stark befahren und sämtliche Parkplätze rechts und links der zweispurigen Fahrbahn waren besetzt. Er hatte tatsächlich gut daran getan, nicht zu versuchen, direkt vor dem Haus zu parken. Zwei junge Mädchen, wahrscheinlich Schwestern, kamen ihm entgegen. Sie führten einen Labrador-Mischling an der Leine, der neugierig in Kapus Richtung schnüffelte. Kapu lächelte den Mädchen zu und setzte seinen Weg fort. Weiter vorne sah er einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der ein Knöllchen für einen SUV ausstellte, der mit zwei Reifen auf dem Gehweg parkte. Diese Kästen waren einfach nichts für die große Stadt. Er passierte einen blassroten und bereits angerosteten Mitsubishi Colt, in dem, der Stimme nach zu urteilen, ein Mann leise telefonierte. Gegenüber auf der anderen Straßenseite standen einige junge Männer in Arbeitskleidung vor einem Hähnchengrill an. Kapu erinnerte sich schlagartig daran, dass er seit dem Frühstück keine Nahrung mehr zu sich genommen hatte. Den Gedanken daran, sich ebenfalls in der Reihe anzustellen, verwarf er allerdings wieder. Hunger machte wach und er brauchte alle seine Sinne. Auf dem Beifahrersitz seines Volvos hatte sich eine hüftlange Lederjacke befunden und wiederum in der Innentasche dieser Lederjacke befand sich einiges an Werkzeugen, mit deren Hilfe er die Wohnungstür zu öffnen gedachte, sobald er die Lage ausreichend sondiert hatte. Als er das Gebäude, in dem sich die Wohnung von Jan Oppermann befand, wieder erreichte und ihm nichts Verdächtiges aufgefallen war, spähte er erneut in den Innenhof, den Oppermannshaus und die benachbarten Wohngebäude umschlossen. Die Tür, die zum Treppenhaus der Presshausstraße 56 führte, lag rechts von ihm. Wiederum rechts von dieser Tür befanden sich 21 Briefkastenschlitze. So viel konnte Kapu noch erkennen. Mehr sah er erst, nachdem er durch ein Winken den Bewegungsmelder der Haustürbeleuchtung ausgelöst hatte, der auch für das Licht im Treppenhaus zuständig war. Methodisch suchte er nach dem Namen Jan Oppermann und brauchte auch nicht besonders lange, um fündig zu werden. Er hob die Klappe an. Der Briefkasten war wie zu erwarten ziemlich voll und es gelang ihm drei der obersten Briefe herauszuangeln. Ein Bettelbrief vom Roten Kreuz, die Abrechnung von Oppermanns Internetanbieter Networld und der dritte Brief war die Mahnung einer Bibliothek. Kurz war Kapu erstaunt, dass überhaupt noch jemand Bibliotheken aufsuchte, dann erinnerte er sich, dass er Wichtigeres zu tun hatte. Kapu wandte seine Aufmerksamkeit von den Briefkästen ab und richtete sie auf die Tür. Alt aus Holz, einfacher Schnappriegel. Er hätte sie mit einer Kreditkarte öffnen können, aber das brauchte er nicht. Aus dem Inneren des Treppenhauses hörte er die Schritte mehrerer Personen. Er trat von der Tür zurück, griff sich noch ein Reklameheftchen mit Sonderangeboten eines Möbelhauses, das aus einem der anderen Briefkästen herausragte und setzte sein bestes Lächeln auf. Die Tür öffnete sich und heraus trat eine junge Frau, etwa dreißig Jahre alt, die ihren ungefähr zehnjährigen Sohn an der Hand hielt. Der Junge zog ein Gesicht, das Kapu ihn gerne gefragt hätte, ob er zum Zahnarzt müsse oder so etwas. Aber das war nicht ratsam. Würde er Worte mit der Frau wechseln, würde er ihr nur länger in Erinnerung bleiben. Also belies er es bei einem Lächeln. Er hob die rechte Hand, in der er noch immer die Reklame und darunter die drei Briefe hielt, die er aus dem Briefkasten von Jan Oppermann gefischt hatte zum Gruß und betrat im Rücken der Frau und ihres Sohnes das Treppenhaus. Nachdem die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen war, hielt er inne und lauschte in das Haus hinein. Tatsächlich ging es ziemlich laut her. Es waren viele Kinder in dem Gebäude. An seine Ohren drang eine lärmige Mischung, aus dem Geballer und Gepiepe von Videospielen, Musik und aufgedrehten Fernsehern. Gut möglich, dass hier schallgedämpfte Schüsse wirklich nicht weiter aufgefallen wären. Allerdings kam das wohl auch auf die Uhrzeit an. Der Zug, das hatte Kapu bereits selbst recherchiert, der Oppermann zurück in die Stadt gebracht hatte, war um 18.38 Uhr pünktlich angekommen. Vom Bahnhof bis zu seiner Wohnung mochte Oppermann, wenn man großzügig war, etwa 25 Minuten gebraucht haben. Aber das passte schon. Er war zu einer Uhrzeit hier angekommen, zu der die meisten Berufstätigen wieder von der Arbeit zurück waren, aber noch nicht zu Bett gingen. Kapu stieg die Treppe hinauf in den fünften Stock. Das Treppenhaus roch ein wenig muffig nach einer Mixtur vieler verschiedener Essensdüfte, Zitrusreiniger, einem Hauch von Marihuana und etwas Staub. Es wurde wohl geputzt, wenn auch nicht besonders gründlich. Allerdings hatte er schon deutlich schmutzigere Treppenhäuser gesehen. Das hier war gerade noch erträglich. Im Treppenhaus begegnete er niemandem mehr und bald fand er sich vor der Wohnungstür wieder, die in Jan Oppermanns bescheidene Bleibe führte. Gerade wollte er am Türspalt auf Höhe des Riegels ein biegsames Metallplättchen ansetzen, das etwas dünner als eine handelsübliche Kreditkarte war, aber dafür deutlich stabiler. Da hielt er inne. Er betrachtete die Kratzspuren im Rahmen der Tür. Sie waren deutlich zu sehen, aber Kapu konnte nicht sagen, wie alt sie waren. Irgendjemand war irgendwann einmal in Oppermanns Wohnung eingedrungen. Ob Oppermann zu diesem Zeitpunkt schon in der Wohnung gelebt hatte, das konnte Kapu ad hoc leider nicht sagen. Er machte weiter, bemühte sich aber darum, nicht das leiseste Geräusch zu verursachen. Es gelang ihm, tatsächlich schon nach wenigen Sekunden sich Zutritt zu verschaffen, ohne den geringsten Laut verursacht zu haben und die Eingangstür wieder hinter sich zu schließen. Eine Waffe hatte er nicht bei sich. Vielleicht ein Fehler, aber als er sich auf den Weg gemacht hatte, hatte er nicht damit gerechnet, in Gefahr zu geraten. Zumindest jetzt noch nicht. Wenn nun jedoch bereits ein anderer in der Wohnung war, dann war davon auszugehen, dass derjenige nichts Gutes im Schilde führte. Erneut lauschte Kapu ins Halbdunkel. Durch die Fenster, die in Richtung Straße lagen, drang schwacher, vielfarbiger Lichtschein herein. Kapus Augen hatten sich inzwischen beinahe vollständig an die neuen Lichtverhältnisse gewöhnt. Nachdem er beinahe eine Minute lang erfolglos gelauscht hatte, ohne ein verdächtiges Geräusch zu vernehmen, begann er mit der Durchsuchung. Das Ergebnis seiner Bemühungen war ernüchternd, aber auch beunruhigend. Der ernüchternde Teil bestand darin, dass keine Kampfspuren zu sehen waren. Auch Einschusslöcher konnte Kapu nicht finden. Was er feststellte war, dass auf dem kleinen Tisch vor der Sitzecke im Wohnzimmer der Jan Oppermann wohl, genauso wie der größere Tisch auch, als Arbeitstisch gedient hatte, zumindest der Dreifachsteckerleiste auf dem Boden nachzuschließen, die zu einer Steckdose in der Wand führte und zum Tisch hin ausgelegt war und in der Handy- und Laptop-Ladestecker steckten, ein umgefallenes Whiskyglas lag, das beinahe bis an den Tischrand gerollt war. Die dazugehörige Flasche befand sich etwa in der Mitte der quadratischen Tischplatte. Tollamore Dew. Die Ladekabel für Handy und Laptop hatte Oppermann wohl als eine Art Zugentlastung mit zwei Wäscheklammern am Tischrand festgeklemmt. Praktisch veranlagt und mag kein Schnickschnack, attestierte Kapu dem Reporter in Gedanken. Von Laptop und Handy allerdings fehlte jede Spur, nichts dergleichen. Generell war die Wohnung recht klein und zweckdienlich, fast schon karg eingerichtet. Der Journalist war ein bescheidener Mann, auch wenn er besser verdienen dürfte als die meisten seiner Kollegen, die bei Zeitungen von ähnlicher Größe wie der Nordgardzette angestellt waren. Kapu trat zum Fenster. Die Jalousien konnte man von innen schließen. Allerdings waren das schlicht innen aufgehängte Lamellen. Sie würden nicht blickdicht mit den Fenstern abschließen. Von draußen würde man also sehen, wenn er Licht machte, auch wenn er die Lamellen vorher schließen würde. Dennoch beschloss er, dass ihm das egal war. Das meiste hatte er schon gesehen. Er würde höchstens eine oder zwei Minuten brauchen, um die Wohnung ein weiteres Mal auf sich wirken zu lassen und sicherzugehen, dass ihm nichts entgangen war. Nur, um wirklich ganz sicher zu sein. Er nahm sich die Zeit und schloss die Lamellen der Jalousien. Dann ging er zurück in Richtung Eingangstür, wo er das Licht einschaltete. Am Durchgang zu der kleinen Küche fiel ihm etwas auf. Die braunen Bodenfliesen waren an dieser Stelle von einem hellen Teppich bedeckt, auf dem sich kleine, bräunliche Flecken befanden. Kapu ging auf die Knie, schnüffelte daran. Ja, ein schwacher Duft von Whisky. Aus dieser niedrigeren Perspektive sah er, dass noch weitere Spritzer annähernd fächerförmig verteilt waren. Interessant. Das Whiskyglas war nicht von einem betrunkenen Jan Oppermann umgestoßen und dann achtlos liegen gelassen worden. Nein, es sah ganz danach aus, als hätte man mit der Flüssigkeit nach vorne hin jemanden treffen wollen, über den Tisch hinweg. Kapu erhob sich wieder und schaltete auch in der Küche das Licht ein, wobei er darauf achtete, nicht in einen der Spritzer zu treten. Ja, auch in der Küche fanden sich angetrocknete Spuren der Flüssigkeit. Die Küche selbst war ebenfalls eher spartanisch und zweckdienlich eingerichtet. Obst oder Gemüse, also frische Lebensmittel, waren nirgends zu entdecken. Routiniert öffnete Kapu einen Schrank nach dem anderen. Teller, Besteck, Konserven. Als Robert Kapu den Kühlschrank öffnete, bestätigte sich der erste Eindruck. Für Oppermann war Essen offensichtlich Nebensache. Die galt es, so einfach und effektiv wie möglich zu erledigen. Noch mehr Konserven, Dauerwurst, Scheibenkäse, Margarine. Das war es dann aber auch im Großen und Ganzen. Auf der Arbeitsfläche stand ein Glas, in dem Oppermann Centmünzen sammelte. Es war zu einem Drittel gefüllt. Was seine Nahrungsaufnahme anging, war Oppermann also tatsächlich durch und durch Pragmatiker. In gewisser Weise war Kapu das auch. Allerdings waren seine Qualitätsansprüche sehr viel höher. Gerade wollte Kapu die Küche verlassen, da verharrte er. Irgendetwas hier passte nicht in das nüchterne Bild, das die Wohnung des Journalisten abgab. Langsam drehte er sich einmal im Kreis, ließ die Einrichtung auf sich wirken. Einmal drehte er sich und noch einmal, und dann erkannte er, was ihn gestört hatte. Eine Keksdose im Regal über der Mikrowelle. Nicht Oppermanns Stil, viel zu bunt. Als Kapu die Dose an sich nahm, mit der Absicht, sie zu öffnen, verriet ihm das geringe Gewicht, dass sie leer war, noch bevor er den Deckel entfernt hatte. Er sah trotzdem hinein. Sicher war schließlich sicher. In der Tat war die Keksdose leer, bis auf einen Schlüssel, der mit Tesafilm in den Deckel geklebt worden war. Robert Kapu nahm den Schlüssel an sich und stellte die Dose zurück an ihren Platz. Es dauerte nicht lange, bis er Gewissheit hatte. Es handelte sich um einen Ersatzschlüssel für die Wohnungstür. Den hätte er früher gebrauchen können, und ein USB-Stick mit den brisanten Videos darauf wäre Kapu deutlich lieber gewesen. Aber man musste eben nehmen, was man kriegen konnte. Zügig ging er wieder aus der Küche, löschte das Licht und verließ die Wohnung, nachdem er noch einen schnellen Blick ins Badezimmer und ins Schlafzimmer geworfen hatte. Beide Räume präsentierten sich ebenso schmucklos und zweckmäßig eingerichtet wie der Rest der Wohnung. Ein separates Arbeitszimmer gab es nicht, was Kapu nun doch ein wenig verwunderte. Keine Ordner mit Recherchematerial. Kein kreatives Zettelchaos. Aber vielleicht war Oppermann durch und durch digitalisiert, und das kreative Chaos, das er benötigen mochte, um zu arbeiten, befand sich im Inneren seines Laptops, der aber nun mal nirgends zu finden war. Zurück im Treppenhaus spielte er gerade mit dem Gedanken, den Privatermittler Springli zu kontaktieren und noch einmal eingehender zu den Einschusslöchern zu befragen, die er gesehen haben wollte. Kapu hatte nämlich keine Ent... Jetzt erst sah er die Einschusslöcher. Sie waren nicht in der Wohnung, wie Kapu aus irgendeinem Grund angenommen hatte, sondern in der Treppe. Drei davon zumindest. Genauer gesagt befanden sie sich in der Unterseite der Treppenflucht, die vom sechsten Stockwerk ins fünfte führte. Kapu sah mit einem Mal vor sich, wie es gewesen sein musste. Die Löcher befanden sich beinahe auf Augenhöhe. Wäre die Unterseite der Treppe in einer etwas dunkleren Farbe gestrichen worden, hätte er sie aus diesem Abstand vielleicht gar nicht sehen können. So aber, und wahrscheinlich auch, weil er unbewusst nach ihnen Ausschau gehalten hatte, konnte er sie deutlich erkennen. Kapu ging weiter auf die Treppe zu. Jemand war aus der Wohnung geflohen. Der bisher bekannten Faktenlage nach höchstwahrscheinlich Oppermann. Derjenige, vor dem Oppermann geflohen war, hatte ihm hinterher geschossen. Mit oder ohne Schalldämpfer, so eine Aktion war durchaus ein Risiko. Der Laptop und das Handy von Oppermann fehlten. Dann waren da noch die Whisky-Spritzer. Oppermann hatte dem Schützen seinen Talamor Dew ins Gesicht gekippt oder es zumindest versucht, hatte sich dann irgendwie Laptop und Telefon greifen können und war geflohen. Kapu stand jetzt so nah an den Einschusslöchern, wie es ging, ohne die Treppe hinunterzufallen und betrachtete sie. Entweder hatte Oppermann erfolgreich Haken geschlagen, um einen Treffer zu vermeiden, oder der Schütze oder die Schützin war entweder ziemlich schlecht, was Kapu nicht annahm, oder er oder sie hatte noch mit dem Brennen des Whiskys in den Augen zu tun gehabt. Die Einschusslöcher waren nicht sehr groß. Zweiundzwanziger. Unterschallgeschosse in Verbindung mit einem Schalldämpfer machten tatsächlich nicht besonders viel Lärm. Allerdings waren sie auch nicht ganz so tödlich wie normale Munition. Das deutete auf einen Profi hin und es erklärte, warum der Mann so oft geschossen hatte. Fünf Einschusslöcher zählte Kapu inzwischen in der Rückwand der Treppe und da war noch eine Kugel, die in einem etwas seltsamen Winkel in die rechte Wand des Treppenhauses eingedrungen war. Er holte ein Schweizer Taschenmesser aus der Jackentasche und entfernte das Geschoss. Ja, Zweiundzwanziger. Blut befand sich keines auf den Stufen, stellte er fest, während er noch kurz innehielt und Kugel und Taschenmesser wieder in der Jacke verschwinden ließ. Das war schon mal beruhigend. Irgendwo im sechsten oder siebten Stock eröffnete und schloss sich eine Wohnungstür und Schritte wurden laut. Noch dazu ging die zeitgesteuerte Treppenhausbeleuchtung aus und wurde drei Sekunden später mit einem gemurmelten Fluch von irgendjemandem, einem Mann der Stimme nach, wieder eingeschaltet. Das reicht, um Kapu aus seinen Überlegungen zu reißen. Schnellen Schrittes verließ er das Haus und wäre beinahe mit einem der beiden Mädchen zusammengestoßen, die den Labrador-Mischling spazieren führten und wohl gerade von ihrer Runde zurückkamen. Er entschuldigte sich und machte sich auf den Weg zu seinem Autor. Ein Mann stand auf der anderen Straßenseite in einem dunklen Hauseingang und sah Kapu nach, wartete ab, bis er außer Sicht war und ging dann in die entgegengesetzte Richtung davon. Und dann